Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unreichtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinenforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Mein Führer, da ist die neunte Armee verloren. Dann soll die Armee geert werden! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die zwölfte Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Das war ein Befehl! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Ach, Sie machen Sie doch zwei Fälle an alle Befehl! Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Dann entlösen wir die Westfront. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie Zunge gebracht haben. Nur um zu langen, wie mein Messer da behält! Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft nur mal zehnfaches. Wink soll mit der zwölften Armee die Sache unterstützen! Entsuchen Sie! Entsuchen Sie! Against the likes of us. False prayers will not turn aside our souls. God's wounds. I see that our foes are empty surprised. Ich glaube! Mein Führer, wenn es in Berlin zurzeit kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mal. Die Kruppelsteiner will von Norden mehr angreifen und sich mit der leuten Armee vereinen. Junus, march! March! The R-Glass shows how much time... Units, march! Units, march! Units, march! Units, march! Units, march! Unterall ausgerichtet! Andersteiners Lichterfolg! Units, march! Ein Tod,乾r basically! Der чуть klein ausgerichtet! A Was Sie da sagen, ist unruhig. Die Krägerleitung der Sektion des deutschen Pfalz ist. Sich Ruhe, Aaron! Das battle progresses well for the Empire. Stay strong and the enemy will be defeated. Stay strong and the enemy will be defeated. Und ich sollte nie gehen. Der andere steigert war zufrieden! Das sind doch alle so kleine Frasen! Wir müssen jetzt handeln! Dann haben wir seine Literatur verbunden. Wir hätten die Zeit zu lassen. Was hat er denn noch gemacht? Allein dafür wüsste man, die das nicht wünschen! Mein Führer für das Halten, Sie haben fünf zum Kahnfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahn von über die Uhr und ich erhabe das so stark auf Machtfragen. Wenn der Führer der Führer bestimmt sein sollte. Der Führer der Führer fließt. Er hat keine Ehre. Wir haben die Arme verbrannt. Keine Ahnung, dass wir uns auf dem Stamm gerettet haben. Feigelein! 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 In einem berücksichtslosen mit einer Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Seidprass! Bullet, when do you have cannon fire? Units! Units! gosta nehmen! Das war ein Befehl, der andere Steiger war ein Befehl! Die Zeitung des Steigeres sind. Feigelein! Feigelein! Der Radar macht den Spieler eine Arial-Viehung des Battlefields. Dann wird das alles in Ordnung kommen. Feuer! Feuer! Aber wir müssen auch da Eis kreisen. Wir können den Gruppen vor der Fügel irgendwo finden. Wir haben nichts Unrechtes. Was Sie mit Ihrem Medizin und Forschung erreicht haben dafür, wir kommen mit den Regen zur Nackenwasser! Wir können den Gruppen vor der Fügel irgendwo verbinden. Was soll das heißen? Sie können die Fügel an diese! Oder Eifelssagen in den Selbstständigen zu lenken? Wir sagen ausgerechnet Sie! Ein Aufenthaltsist! Ein rücksichtsloser Karrierist! Wie bitte? Eizig, kein Bruder! Feiglänger! Die Feindkräfte überschreiten unsere Mannschaft wegen der Zehnfahrt. Von vorn kommt der Bischof! Nein! Nein, ich bin in Wirdracht-Berber! Ist das Zeuglinge! Herr Halter, Verzahler! Mein Führer war angeboten in das Becken. Stammt sie die Frage, was soll das in Frauen an Kindern werden? Aber Sie sind verletzt, den Eifel. Nein! 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 Mit Ihrem eigenen Blut werden Sie bezahlen! Sie werden gesorgt für Ihren eigenen Blut! Sie wissen, was hat ihn auf der Abdeleuten vorgelegt! Sie werden mich zurückgelegt! Unlike Archers, Ihre Händebecken betrachten Sie, die Abdeleuten am Väster. Ich habe nicht hier, die hohe Arme. alles getracht! Morks-Höpfe! Aber mein Führer, die zwölfte Armeen, erschremmt nach Westen, in Richtung Elbe! Wenn ihr beschreibt mir die Westen, dann schenkt die Armee fair! Ich bin nur in einem rückschlägt-losen Medaar-Grafgefuhr, in der Waldschlachtshoutbeschweckt! We are blessed. The enemy general is dead. We have sent the idiot to hell. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. The enemy is dead. The enemy is dead. He is responsible for his duty and his historical rank. Die 9. Armee ist abends in der Liebeskunft. Pass an! Oh, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ach, mein Sinner, zwei Fälle, deine Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgetrunken! Das war ein Befehl! Wieso behaupten Sie ein anderes Fenster? Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Es ist wie was ist und umspiel! Nein, 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 nein! Die gesamte Kettering-Dink ist nicht feucht aus einem Haufen! Niederverhältniger, freundlicher, feiglich! Hilfst du, das ist gut an unsere Tal! Von daher, wenn alle hoeren Offiziere liquidiert verlassen! Wenn ich Stahle bin! Rennen Sie mir Fägelein! 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 Das sind doch alles holle Phrasen! Wir müssen jetzt anwenden! Dann haben wir jede Chance verspielen! Fägelein! Fägelein! Es hat der Zupter untertan! Fägelein! Es ist unnähtisch zu kreisern, aber unsere Leute sind gewinnen und für eine wertvolle Vierhe! Fägelein! Törein! Fägelein! 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 Mein Führer, du bist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Welchen Kräften, mein Führer? Die 9. Armee ist nach Norden unterwägungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft nur mehr zehnfalls. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützt. Na, prächt dich. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Holen Sie mir, Fegelein! Aber Sie haben es doch selbst gehört, denn wir müssen mehr führen. So fucked! Soll der Eitutszarin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Na, Protonist! Drückt Sie zu unserer Karriereist! Wie bitte? Fegelein! Drückt Sie mir, Fegelein! Sie sind ohne Ehren! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Mike! Spearman! Spearman! Die Drücksteiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutmamee vereinen. Spearman! Units! March! We face the white blaze! 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 Das war ein Befehl! Der andere Steiger war ein Befehl! Widerstand in den Weg gelenkt! Es hat der Guterer getan! Bringen Sie mir, Fegelein! 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 Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Ich riebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen, auch der Wagen, mein Mädchen. Ach, Zitter, zweifelgeleinig ein Befehl, ich glaube! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee vierter! Dann soll die Armee ein Zeichen sein. Seigneur, nur halbos unsere Führer bleibt! Das ist es eine Art Beter-Drop zu füllen! Nächstes Mal wird es unsere Fäuern von der Slowensteam浴. Mein Führer, die in der Fahnen ist, glaube! Sie haben die Schlaf-Drop. Sie haben die Schlaf-Drop. Sie haben die Schlaf-Drop. Sie haben die Schlaf-Drop. Sie stöhnen!